Sind Sie musikalisch? Wenn du dann dort unfassbar glücklich bist, dann sag mir nein, wenn du kannst. Es muss wunderbar sein, mit Klavierbegleitung wir zwei allein, mit Klavierbegleitung tanzen von dieser Erde fort. Und es finden sich unsere Lippen dann dort, mit Klavierbegleitung seelisch im Kuss beim Schlussakkord. Schön klingt ein Pianino, spielt einer drauf zu zweit. Man tastet auf den Tasten, sich bis ins Herz hinein. Er greift dir in die Seite, sie trifft ihn aufs Pedal. Doch führen die Skalen beiderseits zu der Moral. Heute möchte ich mit dir, mit Klavierbegleitung träumen, dass wir mit Klavierbegleitung ins Paradies hineingetanzt. Wenn du dann dort unfassbar glücklich bist, dann sag mir nein, wenn du kannst. Es muss wunderbar sein, mit Klavierbegleitung wir zwei allein, mit Klavierbegleitung tanzen von dieser Erde fort. Und es finden sich unsere Lippen dann dort, mit Klavierbegleitung seelisch im Kuss beim Schlussakkord. Mit Klavierbegleitung, mit Klavierbegleitung. Mit Klavierbegleitung.